so leute da sind wir wieder zurück hier bei battlefield 1 ich weiß nicht es ist glaube ich ein fehler aber ich versuche jetzt einfach mal die martini henry ich versuche jetzt mal es wird wahrscheinlich scheiße ausgehen für mich versuch jetzt einfach mal hier auf der map die martin löse zocken warum ist dann eigentlich das so verschwommen wenn man erzielt ich meine wie soll man es denn in dunklen stellen wie soll man es denn sehen wo die kommt von da und hier drinnen wahrscheinlich vielleicht können wir hier mal einen blick rauswerfen aber die waffe hört sich so krass an leute die stelle ist auch blöd oh da ist jemand drin glaube ich ist jemand drinnen glaube ich ist jemand drinnen oben oder so oben sind die glaube ich einer zumindest das noch es ist so logisch alter habe ich vergessen nachzuladen ich habe doch nachgeladen oder nicht und dann habe ich nur drei schuss drinnen wie scheiße ist das dann hätte ich jetzt echt noch getötet den würde ich jetzt echt noch getötet aber nein es ist wieder mal feierabend weil die munition und alle ist es ist so schön sind ja auch gegner schon wieder man ich verstehe es nicht weil die team der mensch ist so leer geworden früher war das doch so voll haben die das irgendwie haben die 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 spieleranzahl irgendwie verringert oder so scheiße 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 da war jetzt meine reaktion wieder mal wie eine bock wie von der bockwurst man trifft die nicht okay man diese camper leute ganz ehrlich man wer auf team deathmatch kämpft das verstehe ich sowieso nicht warum muss man denn bei team deathmatch kämpfen warum das machen so viele das ist das ist doch dafür da dass man rumrennt und einfach tötet können sie auch gleich eroberung oder was zocken ich meine dafür ist doch wasch oder eroberung da ja aber nee sie müssen campen oh hier ist wieder irgendwo jemand oh shit haha geil tut mir leid kumpel ich musste mir den holen er hat gewartet dass jemand reinkommt und es ist auch jemand reingekommen aber durchs fenster und nicht durch die tür ich glaube da hat sich gerade jemand versteckt oder das glaube ich noch jemand oder am arsch ey noroskop kann es jetzt vergessen mit der martini benetod jetzt war hinter mir auch wieder hinaus Alter geil Juhu shit wie geil war das denn gerade das muss ich mal verpissen wir haben ein bisschen angst sie sind auf jeden fall hier drin glaube ich Mann ist es scheiße weil da oben jemand drin ist es ist kacke vielleicht können wir den uns irgendwie holen aber der hat wahrscheinlich fallen alles ausgelegt ganz ehrlich wie viel hat er denn jetzt gerade schon wieder ausgehalten mit seinen springen und was für sich was ich weiß nicht da hinten auch noch scheiße jetzt snipen sie von woanders die pisser das wurde ja ein crunchern die 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 einer da. Den habe ich ja mal gar nicht gecheckt. Einmal wohin geschossen. Ich weiß echt nicht wo die stehen. Was machst du denn Panemann? Total verballert. Scheiße. Von hinten. Oh Mist. Oh Mist. Oh Shit. Shit. Das war doch gerade so geil. Panemann, was machst du man? Oh das riecht mich so auf. Er hat noch 13. Er hat noch verfluchte 13, Mann. Köttel. Köttel, Alter. Köttel. Dieser Typ. Dieser Köttel. Ich kann man sich dann so einen geilen Namen geben, Mann. Okay, sie snipen da rum. Campen. Wenn der mich mal markieren würde, dann würde ich den ja gerne holen. Aber da man hier nichts sehen kann, weil keiner was markiert, auch wenn sie den sehen. Ja. Damit hat sich die Sache erledigt, wenn man das nicht sieht. Wo sind die denn? Ey, ich glaube hier sind nur Köttel auf der Map. Ich glaube es gibt gar keinen anderen Spieler. Es gibt nur Köttels. Ohne Scheiße. Es gibt nur Köttels hier. Oh, da stand die ganze Zeit einer und ich habe es nicht gepeilt. Schade. Ich glaube hier ist wieder irgendwo jemand. Sterbt, verdammt. Ja. Wieder Köttel. Wie geil ist das denn? Ey, es gibt nur Köttel auf dieser Map. Ist das eigentlich heißen? Ist das Köttel-Clan oder was? Der Köttel-Clan. 12-7, naja. Ist ja nicht so köttlich. Äh, gut. Das ist ja köttlich. Ist das geil. Ich sehe ja hier gar nichts. Ich sehe nichts. Da sind meine Leute. Okay, das passt. Im Turm ist wieder jemand drin. Im Turm ist wieder jemand drin. Und wenn der nicht markiert wird, habe ich keine Chance. Das ist ja wieder das Blöde. Wenn du die nicht siehst. Wenn die einfach nicht markiert werden. Schön gemacht, Panne. Du musst mit der Martini viel... Ohne zu zögern musst du drauf gehen. Ohne zu zögern. Der Schuss, der muss sitzen. Wenn der nicht sitzt, dann tot. Habt ihr ihn gerade wunderbar sehen können. Wenn du dann ewig versuchst, rumzuziehen, dann würde das nichts. Scheiße. Dieser Köttel, Leute. Ich sag's euch. Das ist ja mal ein richtiger Köttel, Alter. Wo steht Köttel? Köttel. 5, 6. Naja, Köttel war nicht ganz so gut. Wir sind auf dem ersten Platz mit 12, 7. Mit Sniper-Gameplay. Nice. Ja, gut. Wir haben auch ziemlich oft die Handwaffe rausgeholt. Aber trotzdem. Ich fand's geil. Ich fand's geil, Leute. Ich fand's geil. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat die ganze Sache hier wieder mal gefallen. Lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen hoch da lasst. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield 1 zu Team Deathmatch. Schaut rein. Servus.